Und hallo meine Freunde, ich bin's wieder, mir ist ein LP-Fan. Ich will euch sagen, ich bin heute an einem anderen Ort. Das habt ihr, glaube ich, jetzt schon am Anfang des Videos jetzt bemerkt oder am Titel, ist ja klar. Ähm, ja, ich bin in der Schweiz. Ja, seit gestern nur und bleibt nur bis heute. Morgen wieder Schule. Oh man. So drauf freue ich mich ja nicht, aber ich will euch eine Sache zeigen. Und das hier ist der Berg Pilatus, der höchste hier in der Schweiz. Ja, ich bin hier in diesem Tal. Man hört manche aus der Wohnung und meine Familie auch noch. Also, es ist nur welche aus meiner Familie, ist ja klar. Ja, aber wirklich, diese Schweiz hier ist der Hammer, ey. Schaut euch diesen ganzen Berg an. Und wenn ich auf der Phase, wo ich hierher gekommen bin, ja, da habe ich so einen Berg gesehen. Ihr könnt es jetzt glauben, der sah so aus, so wie als wäre es der Berg von Undertale da. So wie in Undertale-Berg. Na und eh, Gott, aber ich weiß ja nicht den Namen. Aber ich versuche mal ein Foto zu machen, auf der Zurückfahrt, weil mal echt der Hammer. Oh man, da sieht man gerade voll der Strahl. Das erkennt man nur zart gerade da. Oh Gott, da gerade, da ist so ein kleiner Strahl. Das erkennt ihr gerade nicht so gut, aber da kommt gerade so ein Strahl so. Ey, der Hammer ist es hier. Sau geil. Oh, da kommt schon die Bahn, die Bahn, die Bahn, die Bahn. Weeeeee! Ey, da ist schon wieder ein Togger. Weeeeee! Der Hammer ist es hier, echt. Aber ich würde, nächstes Mal, wenn ich hierher komme, werde ich vielleicht, aber nur vielleicht, mit meiner Mutter auf irgendeinen Berg klettern. Weil mal jetzt, echt, ich war noch niemals auf dem Berg. So schön. Aber einmal war ich auch in Österreich mit einer Mist in der Freizeit, ja. Und ich konnte nicht mit, wann die auf den Berg gegangen sind, in Österreich. Ja, Gatti. Ja, gleich schön. Sorry. Ich mach mal kurz. Stopp. Bin wieder da. Ja. Ich wollte ja einen Berg hochgehen, weil ich hier nicht konnte. Ähm... Ich musste jetzt hier eine Jacke anziehen. Und irgendwelche Schlappen, die mir nicht gehören. Ist aber egal. Ist ja egal. Nur meine Mutter will nicht, dass ich mich erkehlt. Ist ja klar. Mütter sind also hier. Ähm... Ja, also ich konnte nicht gehen, weil ich Blasen hatte an den Füßen. Deswegen will ich nicht machen so ein Zeug. So was mache. Ich hatte so was auch hier gemacht. Mh... Schon wieder die Bahn? Mhm. Aber mal echt, wie ich will, diesen Berg von der oberen Sicht hierher gucken. Dieser Berg ist so riesig. Hm. Aber ich glaube, der ist zu groß für mich. Ja. Also ich glaube, mindestens so ein Hügel dahin ist genügend, aber... Ja, es ist nur ein Hügel. Aber alles hier sieht so schön aus. So wie manche aus meiner Klasse sagen... Eigentlich nur eine sagt das aus meiner Klasse. Ich werde nicht den Namen aber nicht sagen, aber sie wird sich dieses Video, glaube ich, anschauen. Und das heißt, sie sagt einfach das... Sexy. Sexy, sexy, sexy. Ah. Das ist der ganze Berg. Oh, was ist die blöde geile Spritze. Klar, Spritze, Spitze. Ich will mir doch runtergleiten irgendwie. So blöd, das kann ich nicht. Das kriegt jetzt zu viel Geld. Und ich habe nur 110 Euro. Ist ja gerade gut gedeutscht. So wie die Schweizer. Ich will nicht sagen, dass Schweizer... Schweizer... Was sag ich denn? Dass Schweizer schlecht wählen. Ist doch egal, was für Sprache man kann, oder? Ist doch egal. Ich will ja nicht ein ganz langes Video machen, aber... Mal jetzt echt. Da sind jetzt schon wieder Strahlen. Der Hammer... Die Bahn kommt. Ui... 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 ... Ui... Ui... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020